Johnny, wie geht's dir? Ja, ich kann's gut und selber? Geht. Okay, der Pater hat keinen Teleport. We have a mission. Warte mal, er hat fucking geknallt. Und er denkt halt, das ist klug. Aber er hat die Rechnung ohne Ich bin Level 2 Toplane Shugard gemacht. Bart hat smite. Bart hat fucking smite. Ja, will mich halt richtig ficken. Die Frage ist, ob ich mein E nehme. Oh, oh. Oh, ich nehme ein E. Bop. Okay. Äh, die Flash ist wohl ein bisschen... Gut auf was? Oh shit. Johnny, das ist meine Promo. Ich hab'n Leck. Was ist hier los, Alter? Ich starte mit E. Der Gegner aus dem Bart hat smite. Und er gibt dir Weltzweck in. Alter, wir kommen zu einem neuen Format auf Johnnys Kanal. Du hast geschrien. Das ist ja übelst. Alter, und ich starte jetzt mit dem E. Den beschissensten Spell, der jemals erfunden worden ist. Ah, ich kotze. Oh, der Panteo geglitt. Oh, ne, ich hab'n gegangt von Bart mit Smite. Und bin tot. Was passiert hier? Der ist ja immer noch da. Mein Blue Buff ist weg. Der ist, Leute, der Bart. Im Moment, seht der nicht auf. Der Power Bart. Aua. Okay, Bart ist da. Ich bin da auch da. Hast du noch Flash? Ja. Bitte. Jetzt kam nicht so viel, ne? Ja, das ist ein schönes Leben. Dann müssen wir uns nochmal neu ordnen. Oder wird das Game noch was? Leute, das wird noch, okay? Das war nur ein holpriger Start. Oh mein Gott! Alter, der hat mir gerade einen Speer gegeben. Ich hab' 800 HP. Oh, der hat mir 200 Damage gemacht. Also 200 Damage, die angekommen sind. Oh, der hat die Kneide. Ich hasse ihn, Alter. Ich hasse ihn, Alter. Der Bart hat ein paar, ich sag' mal, interessante Gang-Paths. Oh, Alter. Schon wieder der Bart. Ja! Stirb, du Bastard, Alter! Entschuldigung, das sagt man nicht. Aber hey, das war wichtig. Puh. Oh, shit. Okay, warte mal. Ich glaube, das ist aber der Stinkekäse. Wie, sag' mal, ich hab' misshast. Ah, holy shit. Hier ist ja jeder gefeadet. Hast du doch da oben, oder muss ich kommen? Oh, ich hasse dich! Wieso dürfen die flaschen? Bin ja da. Oh, nein. Oh, Alter. Jetzt? Das ist doch frei. Einfach nur delicious. Also, dafür lohnt es sich zu leben. Das ist halt wirklich einfach nur beautiful. Oh, schier. Du musst zu mir, du musst zu mir. Ja, ja. Ach, ficken, Alter. Oh. Hab' ich! Und... Wien dachte ich, hätte ich. Nee, du hast doch noch holt, oder? Nee, hast du nicht. Halt. Oh, Vayne ist da. Ich flasche raus. Ich vergesse mich auch. Willst du dir das im nächsten Leben, ne? Nicht wahr, Alter. Oh mein Gott. Ja, ganz wichtiger Kill. Ich hab' einfach null Kontrolle darüber, ne? Ich trinke einfach weh und schieße irgendwo hin. Da war der noch, Gott. Da ist der Tod. Oh mein fucking Gott. Er ist tot. Kann ich bestätigen. Hast du das gesehen? Ja, das Game war halt wirklich in den ersten 10 Sekunden vorbei, als wir... einen Double Kill an Vayne abgegeben haben. Okay. Ich glaube, ich muss mich jetzt einfach aufbressen am Ego. Alter, hast du meine Press-Animation gehört? Ich hab' nur meine gehört, Alter. Hm. Geh' denn da her. Hm. Kommt einfach der Ur-Gott. Ah, okay. Meine holt's los. Wir müssen jetzt irgendwie um die Vayne kümmern, ne? Aber das wird halt super schwer. Chill, chill, chill. Nicht tiefer gehen. Okay. Okay, mehr... Mehr geht leider nicht. Ich würde auch gerne coole Spells auf die Gegner fließen. Oh, ich darf mir vor dir spielen, wie zu viel AP. Oh, ein Dummbutz! Nice! Dive uns doch. Oh man, Vayne, wieso war ich auf deiner Range? Als einziger! Scheiße! Oh, Alter, das tut's halt so, der Gieman. Ja, dann wird's so lange, hätte ich Maxime helfen können, aber mein Ziel ist ja nicht Maxime retten. Wow, der ist ja gar nicht gemuted. Alter. Alter, Mumu, jetzt säg ich dich einfach, verstehst du das? Komm her, jetzt! Alter, Maxime! Er hat sich vor mich gestellt! Das bin ich! Nein! Nicht meine Bart, wollte ich kriegen. Ich bin eine goldene, gewaltige Riesengrabbe. Ja, das würde ich mal sagen, geh mal rein. Oh, Alter, Tristan ist was gestorben bei dem Bord, geh mir rein. Oh, shit, ich hab meine Ult einfach irgendwo hingefallt. Ich würde so gerne hinterherkommen! Amumu, Amumu. Einfach zählen. Okay, ist okay, ist okay. Okay, den hab ich schon mal geguardient. Oh, shit. Nee, das ist einfach gegen Amumu-Ult. Aber in einer Sekunde sei nie wer wieder da. Und sie ist sofort gestunt worden. Das haben wir. Sterben jetzt beide? Nee. Aber lass raus, lass raus, lass raus. Was pieren, lass pieren. Selbst schon kommt. Weil wir haben kaum Leben verloren. Na gut, ich hab jetzt da oben in den Lech gehst. Okay, die sind nur zu drinnen, also die können uns... Ey, ist die dumm! Wie? Ich hab ihn! Nicht so fern, Mann. Du hast, du hast schon gefressen. Selber schuld. Oh, nee, der ist da drüber gegangen. Okay, Vayne in fünf Sekunden. Wenn wir in fünf Sekunden hier nicht raus sind, sind wir rin. Das ist immer wie ein Pfeil raus. Rauslauf, mein Junge. Che, 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 che. Komm hier rein, komm hier rein. Ich glaub, die haben nicht gesehen. Aber, nee, jetzt ruf. Ja, lecker! Du, der alte Welt, ich terrorisiere dich! Was? Ich kann in das beiden. Ich hab noch Lockett. Ich hab noch Lockett. Nein, dein Lockett da auch vertraue ich. Null, Junge. Oh, du bist eine riesige goldene Statue, Alter. Du bist halt huge as fuck. So, ich komm dazu. Du musst ihn noch länger ablenken. Sehr gut, das machst du genau richtig. Alter. Arm und get it, Alter! Ja! Er! Ran mit dir an, mein Scheiß-Manz, Junge! Zack! Ihr habt das überlebt, Alter. Get Link aktivieren! Zack! Alter! Der Raid muss never die. Never die, Junge. Aber ich hab noch mal Motivationsschub bekommen. Jetzt bin das! Oh, okay, ich bin endgültig. Oh, ich hab noch gedasht, weil dieser Dash so krass ist. Ah, easy, Alter. Der Dash hat das Game gerettet. Wer sechs Beine hat, kann sich besser bewegen. Wir haben halt immer noch Ada, ne? Der hat East Cup nicht im Moment, wo wir fighten wollen. Alter, das brennt halt wirklich übel zur Sonne. Alter, Morgana! Warum? Warum tut sie uns das an? Aber sie hat Redemption gedrückt. Nein! Es waren die, wieso wollen sie sterben? So, jetzt geht's los, ihr Feinden zurück. Los, ich bin übel nah dran. Und ich bin tot. Was ist das tun, Maxime? Also, dieses Game musste so enden. I don't know what is happening. Why? Die Tristaner springt einfach nur rein. Flash dann raus. Das war einfach der beste Engage, den ich je gesehen habe. I don't know. What is happening? Bun me, Kors Jelly. Ja, den müssen wir echt bunnen, den Jungen. Alter. Das ist einfach GG, Leute. 20 Tode. Morgana ist 2,20 rausgegangen, Leute. In einem Rank. In meinem Probo-Game. Alter. Das war ein 5-Minuten-Game. Aber das heißt trotzdem, sie sind alle 2,5 Minuten gestorben. Das war ein 5-Minuten-Game. �iste Hudson-Game. screened